Und zum Abschluss unserer Sizilienreise besuchen wir jetzt noch den Fischmarkt in Catania. Sehr schönes Fischgeschäft. Wir sind jetzt in der Fischhalle. Das ist das Leben Siziliens vor der Markthalle. So ein typischer Markt. Dieser historische Markt hier in Catania zählt zu den beintrugendsten von ganz Sizilien. Irene, welchen Käse kaufst du jetzt? Die Ricotta-formaten, wie hast du von heute? Der Fischmarkt gibt es natürlich auch gewisse und Obst. Und das ist Catanias, schönster Platz und zugleich Zentrum der Stadt. Die Hauptstraße Catanias und das Wahrzeichen der Stadt der Elefantenbrunnen. Direkt hier am Hauptplatz liegt eben auch der historische Tischmarkt. Und so gemütlich erendet eine wunderschöne Reise. Und jetzt gibt es Sille, zu der ich alle schon rufen. Ein typischer Kaffeehaus am Markt. Und dann noch ein paar. Wie sagt man, versteht? Oktopus und einen Espresso. Willkommen wieder. Es war wunderschön. Ich bin mal wieder. Kej. Alles gut. rituals. wyks ET